Einfach eine Feuermord installieren? Ja, unter der Decke gefährlich. Das hatten wir nicht vereinbart. Ich konnte es vorher nicht verraten. Ah, Blödsinn! Wie? Du bist respektlos. Warum bin ich hier? Ich wollte dich selbst sehen. Und warum? Warum? Ich tue das hier nur für mich. Und ich werde nicht hinter einer Glasscheibe enden. Ich drücke nicht den Knopf. Du bist gut, Hanako. Du musst beginnen. Kämpfe ich jetzt gegen den? Fertig. Wir können gehen. Moment. Ich will mit Jackie Wells reden. Mit wem? Arasaka hat seine Leiche. Goro hat gesagt, ihr befragt die Toten. Ich glaube, ich verstehe jetzt auch wie. Das sind leider zwei unterschiedliche Dinge. Aber schauen wir mal. Jackie Wells. Chica! Endlich! Mama meint immer geduldig deine Tugend. Und manchmal lohnt sie sich sogar. Jackie! Du bist es wirklich! Hm. Lebt sich gut als Erbe des Arasaka Imperiums. Erinnerst du dich daran, was passiert ist? Wir spielen endlich oben mit Chica. Arbeitet für Dex, den fedärschigen Gangster Messias vom Afterlife. Ein Berg von vergoldeter Coolness. Nicht schlecht, ne? Hey. Ich hatte nie die Gelegenheit, mich zu bedanken. Der Biochip. Nimm du ihn für mich. Ich wusste, dass ich immer auf dich zählen kann, Jack. Ein Schott Wodka auf Eis, Limettensaft, Ginger Beer und das Wichtigste, ein Schuss Liebe. Misty, vermiss dich sehr. Oh, Misty. Hör zu, Chica. Ich hab was zu erledigen. Kann ich deinen Wagen borgen? Ich hab ein Date mit Misty und, äh, komm schon. Ich kann schlecht die U-Bahn nehmen. Pass auf dich auf, amigo. Afterlife. Wir sehen uns dort. Hast du bekommen, was du wolltest? Naja. Hab ich nicht. Das weißt du auch. Ich habe dich gewarnt, dass es etwas anderes sein würde. So kann man's auch sagen. Ja, das war gar kein Knopf. Ich dachte, das ist ein Knopf, den sie drücken kann. Ich... Johnny! Nein! Nicht jetzt! Nein! 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 Dschungel. Das ist ja schön hier. Was ist das? Ihre Beweggründe sind ja auch egal, solange sie in die richtige Richtung schießen. Wenn es unvermeidbar ist. Und nur dann. Du meinst, wenn der Vorstand uns kein Wort glauben will? Falls. Nicht wenn. Und dann? Soll ich die auch neutralisieren? Oh, ich will auch so einen Keller. Es ist schön hier. Es ist eine Insel. Nur ein. Mit 12.000 Einwohnern. Wir könnten sie umsiedeln. Auf andere Inseln. Ist doch ein Archipäer. Das klingt... Entschuldigung. Ich bin zu spät. Hanako, was tust du hier? Mein Bruder. Wo ist er? Er sagte, wir sollen ohne ihn anfangen. Gut. Dann beginnen wir ohne ihn. Beginnen? Was? Die Enthebung Yorinobus von seiner Position als CEO von Arasaka. Hab ich richtig gehört? Was... was tun sie da? Sie können doch nicht... Hanako. Ich glaube, sie schulden uns eine Erklärung. Wie? Das ist dein Platz. So. Lass ich mich nicht behandeln. Sind Sie taub? Stehen Sie auf. Sofort. Das ist skandalös. Sehr freundlich. Yorinobu hat meinen Vater ermordet und seinen Tod für seine Kriegshetze ausgenutzt. Und Sie wussten davon. Sie alle. Ha! Faszinierend. Absurd! Was sagst du da? Ach, nichts als Lügen. Haben Sie noch etwas, außer Anschuldigungen? Eine Augenzeugin. Es ist wahr. Alles. Hab's mit eigenen Augen gesehen. Was hast du gesehen? Wie Yorinobu seinen eigenen Vater erwürgt hat. Wird ja immer interessanter. Zugegeben, eine ernste Beschuldigung. Aber nicht mehr. Wenn unsere Aussagen nicht ausreichen, vielleicht hören Sie ja auf meinen Vater. Oh. Ahasaka-sama? Ahasaka-sama? Nichts als ein sauber Trick. Margetto. Omaeが Militektの戦争を優良していたとき, 私はこう言ったはずだ. Omaeには三つのものが欠けている. 自信,知性,そして根性だ. Ahasaka-sama, ich... Er ist es. Großvater, wie lauten Ihre Anweisungen? Hanakoの指示にしたわえ. Hanakoの発する言葉は全て私の言葉当然だ. Gibt es Einwände? Was passiert hier? Jemand hat offenbar Einwände. Wer hat die Sperre ausgelöst? Waren Sie das? Ist das Ihr Werk, Hanako? Haben Sie das getan, damit wir einander wie Ratten im Käfig verschlingen? Hörst du? Haben Sie noch mehr Abschaum von der Straße mitgebracht? Ich habe... Ich bin... Ich bin... Äh... Ich bin... Lade nach! Brauche Deckung! Elite-Einheiten? Er wollte... uns neutralisieren. Ich hätte nicht gedacht, dass er so weit gehen würde. Ich rufe Reute zusammen und übernehme den Arasaka-Tawa. Du suchst meinen Bruder. Dieser Fahrstuhl bringt dich zum oberen Atrium. Von dort erreichst du Yorinobos Etage. Ich will ihn unbedingt lebend haben. Ach, Mann. Nach all dem? Er ist mein Bruder. Wenn ihm auch nur ein Haar gekrümmt wird, ist unsere Abmachung nichtig. Eh, hajimenasai. Leute leben lassen liegt mir nicht so. Was? Ich finde den Wald doch nicht mehr so cool. So ein Ding! Ja, nice! Ich sehe nix! Ich sehe nix! Ja, mal an X. Nee, ich darf den nicht mal erschießen. Ich hasse sowas, wenn es heißt, die Leute müssen überleben. Dann geht das nämlich nie. Oh. Wir sind doch irgendwo hier oben. Was ist mit dir jetzt los Junge ich habe überhaupt nichts mit dir gemacht. Ich schieße ab! Wer von wo denn? Vielleicht erschrecke ich wieder, weil ich von irgendwo gesehen werde. Ich schieße ab! Ja, die spielen wirklich verstecken! Nein! Ich schieße ab! 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 Und dann sind wir auch tot! Und dann haben wir alles umsonst gespielt! Ich hasse es, wenn es heißt, der darf nicht sterben! Am Ende des Flurs sind ein... Sei vorsichtig! Ich glaube, auf der Etage erwartet dich ein Kampf! Oder es kommt jetzt Adam Smasher! Was sind das hier für Geräusche? Ja! Also, ich schieße ab! Müssen die Geräusche so? Oder eher nicht so eigentlich? Warte, dass der dort steht, ist Yorinobu, oder? Ja? Ja! Ist das Yorinobu? Warum steht er hier so? Das ist der nicht, oder? Das ist ein Zivilist. Der einfach im falschen Moment am falschen Ort. Warum ist er jetzt umgefallen? Ich habe doch nur einen kurzen Moment weggeguckt. Aber es war nicht Yorinobu. Oh Gott! Ich befürchte gleich Schlimmes, wenn wir hinten durchgehen, oder? Ich habe einen Schluck getrunken, weiter gehts. Was? Was ist mit dem? Nur wenn ich weg gucke, passiert irgendwas hier. Äh, wie komme ich jetzt hoch? Wo ist Treppe? Ah. Da ist Treppe. Ja. 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 Es war doch nichts mehr. Ich bin nicht mit dem es nicht. Ich bin nicht mit dem es nicht. Ich bin nicht mit ihr. Ich bin nicht mit dem es nicht. Also, könnt ihr mich ein bisschen aus dem Dickel? Feuer! Los, los, los! Wo genau, Feuer? Wer? Da. Was? zur gibt mir da kommt Jetzt hier hoch? Nee. Der hat doch gesagt, auf der anderen Seite. Wo auf der anderen Seite? Ach, hier. Netrunner! Oh! Okay. Die Gebäudesperre wurde aufgehoben. Sei vorsichtig. Yorinobus-Leute erwarten dich mit Sicherheit. Ich werde dazu stoßen, wenn die Situation unter Kontrolle ist. 2067. Eine Arasaka-Leibwache stellt sich bei einem Attentatsversuch schützend vor den Tenno. 2071. Arasaka-Sicherheitsleute verhindern einen Massenaufruhr in San Francisco und bewahren die Stadt vor der Zerstörung. 2074. Arasaka-Leute decken eine Terrorzelle in Rio de Janeiro auf, woraufhin eine Anschlagsserie gestoppt und die Verantwortlichen hingerichtet werden. In Kürze kommt Netrunner Unterstützung. Arasakas Spionage-Abwehr gelingt, 45 Anschlagsserie nach dem Konzern-Gepsel in Jakarta zu vereiteln, ehe etwas passieren kann. Zeit! Moment! Ich brauche dir bitte Hilfe! Oh, danke! Die Waffen sind erledigt. Die Waffen sind erledigt. Die Waffen sind erledigt. Die Waffen sind erledigt.